Wir haben heute den 2.01.2012. Es ist 14.03 Uhr. Wir sind gerade beim Palmengarten angekommen. Es regnet das erste Mal zum Glück nicht. Ich kann hier nicht andauernd filmen und fotografieren. Wir hatten hier schon wieder die ersten Begegnungen. Wir wollten eigentlich heute in einem anderen Rewe oder in einem anderen Supermarkt einkaufen, wo man nicht auf uns wartet, was nicht so doll kontaminiert ist. Das mussten wir abbrechen. Wir waren heute Morgen so vergiftet, dass wir in unserem Rewe gar nicht einkaufen gehen konnten. Und deshalb haben wir uns entschlossen zum Palmengarten zu gehen. Hier darf ja nun gar nichts los sein. Sie sehen ja, wie trostlos das ist. Also hier braucht ja dann auch keiner in unsere Nähe kommen. Wir haben hier auch eine Nische, wo dann gebaut wird. Also hier kann ja nun gar nichts passieren. Ich wollte Ihnen das bloß mal zeigen und demonstrieren und Ihnen sagen, wie es uns geht. Also es ist alles unverändert. Wir bekommen keinerlei Hilfe. Es ist sehr, sehr doll, was man mit uns macht. Und Sie merken ja auch, wie ich rät. Und ich möchte es jetzt auch beenden. Dankeschön. 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 Dankeschön.